Der mystische Turm Wir sind jetzt wieder bei Jensit Ich verstehe, du kannst nicht mehr Stärke Ah, kein Problem, ich habe noch viel gelernt Regardless, Sora, du brauchst den Power of Waking Oh... Oh... Es kann nicht mehr Zeit gehen, vielleicht etwas wird es schnell wiederholen Wie, was genau? Hallo, wie bin ich in der Hände? Hey! Vielleicht könnte es etwas so einfach als das Wait, du denkst so, auch? Wenn du in der Lage bist, magisch passiert Das ist deine größte Kraft, Sora Du machst es so wie ein accident Oh! Wir sind zurück, Master! Hm... Woah! Oh, hey! Wow! Sie sind alle hier! Wir waren hier vorhin, aber Sie haben nicht erwartet Oh! 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 Your Majesty! Hey, da, Freunde! So, was haben Sie drei hier? Wir waren zu... Oh! Wir waren zu Olympus, zu visiten Harkinies! Und zu figuren, wie zu bekommen, alle von Sora's lost powers zurückzukehren Was? Das war eine große Verweite! Oh... Oh... Was für ein Schmerz! Aber... ...honestly... Wir waren nicht mehr so schnell Wir waren nicht mehr Wir waren nicht mehr Wir waren nicht mehr Wir waren nicht mehr Herr Weinen, wie ich fast sagen könnte, was? Wir wissen, dass Master Aqua die so weit weggebracht hat wie die B quelle zurückgebracht sind Und wie ich uns vorgegriffen waren noch, aber das ist wo ihr treffer endst Für mich All traces of her vanish into the great abyss, beneath the realm of darkness. No. Sora was dragged into the abyss during his exam, and I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Ventus is hidden, and Aqua's the only one who knows where. Plus, nobody's seen Terra in ages. Aqua was the last. So Aqua, she's gonna be the key to finding all three. Yes, their teacher, Master Erecus, would have been another possibility. That Xehanort not mercilessly struck him down. I'll save her. But Sora, that's gonna be super hard, since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Well, it was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Sora, you must focus on regaining your last power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds, and connected with others who could be the Link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps, and see if we can find any sort of clues. But first, we got hit pretty hard in the Realm of Darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So, we're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the Wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they? Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness. We got them! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora, don't bite him like that. I should consider it. Settle down. I have new clothes for you, too, Sora. Yeah? A gift from the good fairies. I knew you'd come through for me! Thanks! Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers. So it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chippendale inside. Cool. Okay. Happy now? Yep. Now you are all ready to proceed. Hey, wait! Don't forget about me! Jiminy! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side. The whole team's back. Yeah. Good. Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Okay. That is a heartbinder. Think of it as a good luck charm made just for you. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go! May your heart be your guiding key. See? Erhalte'n Traumherzbinder. Ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommando einen Traumfänger zur Unterstützung herbeirufen kannst. Aha. Hmm. Okay. Well, too. Um... Oh, come on. When you get serious... Give me a break, okay? I told you. These things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? It's coming from you, Sora. Huh? Oh. What's this? That's me. Magic stamp. But I don't know how. Maybe this. Hooray! He picked up. Huh? Dale? Hey, Chipper. I finally got him. Hurry up, Chip. Well, it's about time. Chip? You gotta answer the phone, Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Yen-Cid to make sure you got this gummy phone we made ya. So we'd be able to stay in touch with you at all times. And it takes pictures. Oh, you finally finished it. Say, with this gummy phone, we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow. Sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? This. Back when you and Riku quested through the sleeping world, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you. Ansem's Code! Mm-hmm. We've been working our tails off trying to crack it and see what it says. The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Oh. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here, too. Alias. Whatever's between you and Roxas, it's in the past. Zora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby re-completing us. We cast off our hearts by choice, make no mistake. But we didn't know that Xemnas, or rather, Xehanort, was deceiving us. Huh? Xemnas? Oh, he's with them! Not anymore. Xemnas and Xehanort have no hold over us now. We're just students of the heart. Exactly the same as we were before all of this began. What? Hmm. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Zora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. Yes. In order to piece your memories back together, our teacher Ansem the Wise took a close look at your heart. And what he found is that your heart doesn't belong just to you. It doesn't? Gorge, you don't seem surprised. Yeah. Honestly, I suspected as much. There's another heart inside mine. I think it's Roxas's. Just like... Naminé is still inside Kairi's. Interesting. Well, no one knows your heart better than you. To be honest, we still have a plethora of questions on our side. But... The idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to coexist. If you share a heart... No wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. Leave it to me. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart. So I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you, Sora. That's what Master Yen Sid said. Well, too. Oh, that's easy. Ja, geil. So, Gummiphone erhalten. Die neueste Erfindung von Chip and Shep. Sie ermöglicht dir, über die Welten hinweg zu kommunizieren. Und macht auch Fotos. Okay, what? Ah, okay. Oh, yeah. Reisen durch den Ozean dazwischen. Die Steuerung des Gummijets. Drücke L1 oder R1, um zu beschleunigen. Drücke die Taste erneut, um zu bremsen. Durch einen Druck auf L3 kann ich eine Wende machen. Drücke Kreis, um eine Einheit an der Schubleiste. Okay. Es gibt bestimmte Objekte, die du aufschießen kannst. Drücke X oder R2. Okay. Drücke Viereck, um eine Rolle in eine beliebige Richtung zu machen. Während deiner Flugreise solltest du diese Bildschirmanzeige im Auge behalten. Weltmarkierung, die du noch nicht besucht hast. TP, die zwei da unten. Grupleiste, ist klar. Gummi-Radar. Okay. Versuchen wir es mal. Belohnung, oh Gott. Und der Kunde... Erfahrungs-Kugeln. Sammle diese Kugeln an, um ein Gummi-Jet in der Stufe aufsteigen zu lassen. Das sind die gelben. Und dein Kosten-Limit für das Bauen zu erhöhen. EP-Kugeln sind die grünen. Hm, Items sind einzigartige Items. Okay. Nebelstreifen. Wir gib dich in den Tunneln aus Licht. Rauschen mit hoher Geschwindigkeit hindurch. Du kannst den Nebel verlassen, indem du L1 oder R1 drückst. Temposphären und Temporinge. Berühre diese Sphären oder Ringe, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Die Ringe ändern außerdem deine Flugrichtung. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus, finde ich. Oh, jetzt geht's wieder los. So, sei vorsichtig, wenn du herzlose Markierungen auf dem Radar siehst. Blablabla. Die Siegbedingungen sind von Kampf zu Kampf verschieden. Die Regeln findest du in der linken oberen Bildschirm-Ecke, sobald der Kampf beginnt. Die Anzahl der Sterne auf den herzlosen Markierungen zeigt an, wie schwierig die Kämpfe sind. Hm-hm. Na komm, Stufe 1. Okay, jetzt geht's los. Die Steuerung ändert sich nur geringfügig, wenn ein Kampf beginnt. Halte für Dorffeuer X oder R2 gedrückt, okay. Wirst du folgendes. Die Punktzahl, die Anzahl besiegter Gegner ist 2, dein Kampfrang. Versuche eine höhere Punktzahl und damit einen besseren Rang zu erreichen. Von E bis T hinauf zu Rang A. Aha. Okay. Okay, ja, mit der Steuerung ist noch ein bisschen sehr ungewohnt, aber da kriegen wir auch irgendwie hin. Alter, hallo. Oh, was jetzt? Schafft? Oder wie, oder was? Scheint so. Mhm. Euren Rekord. Rang A. Erfahrungskugeln. 3600. Leitmaterial, Knopfsticker, Marmormaterial, Leckerkraus. Aha. Ja. Okay. Chapeau. Hm. Okay. Scheiße, den Gegner so schnell wie möglich aus. Hm? 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 Ich kann, wo bin ich dann? Hm? 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 Okay, das war's, gut. Sehr schön, ich bin begeistert. Okay, also jetzt erst mal. Das ist ein Dester, eine große goldene Kugel. Schatzsphären, ah ja. Sie halten seltene Items, nur darauf warten, von ihr freigeschaltet zu werden. Schieße auf die Schatzsphäre, um sie zu aktivieren. Verbinde die Schaltkreise. Aha, lokalisiere die Zahnräder und schieße, solange darauf ein bisschen in der richtigen Position sind. Die Schaltkreise müssen da verbinden, aber schau genau hin. Manche Zahnräder sind Attrappen, okay. Profit, wenn du alle Schaltkreise erfolgreich verbunden hast, öffnet sich die Verriegelung. Puh, okay. Äh. Äh. So, wo ist das Nächste? Hm, hm, dort. Ja, sehr geil. Hm, okay. Ui. Hm. Das fand ich jetzt aber sehr, sehr schön. So, ähm, jetzt muss ich trotzdem... Gut, das Grüne ist ja wahrscheinlich da, wo ich hin muss. Wäh. Äh, so. Oh, was jetzt? Äh, wieso? Ich hab noch gar nicht auf den L-Knopf gedrückt. Oh, was jetzt? Oh, was jetzt? Whoa! Oh, 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 oh. Hmm. Bauplanfragmente sind immer im Ozean, bla bla bla, alle Fragmente im Wert von Spezialbauplan und so weiter. So, da muss ich also hin. Wo soll ich hin, sagst du? In dieser Welt landen, Twilight Town. Warum nicht, ne?